Ja, ich will beginnen mit einer persönlichen Vorbemerkung. Ich bin 2005 aus Protest gegen Hartz IV aus der SPD ausgetreten. Ich bin in keine andere Partei eingetreten, aber mir scheint, dass Die Linke die einzige Anti-Hartz-Partei ist, die in der Bundesrepublik dieses Thema eigentlich von Anfang an auf die Agenda gesetzt hat. Ich selbst habe mich auch die zehn Jahre, die Hartz IV jetzt alt ist, mit diesem Gesetzespaket beschäftigt. Und ich will beginnen vielleicht mit einem historischen Rückblick, weil das Interessanteste bei den Recherchen zu meinem Buch Hartz IV und die Folgen war eigentlich der Blick in die Weimarer Republik. Damals gab es einen Reformer, der hieß Gustav Hartz und er schrieb ein Buch 1928, Irrwege der deutschen Sozialpolitik und der Weg zur sozialen Freiheit. Und in diesem Buch übte er die Kritik, die heute bei Neoliberalen allgemein üblich ist. Der Sozialstaat sei ein bürokratisches Monster. Man müsse die Sozialversicherungen abschaffen. Er schlug private Sparkassen vor. Also er sagte nicht Eigenverantwortung, Privatinitiative, Selbstvorsorge, sondern er sprach von Selbsthilfe. Und er bezeichnete schon damals, also vor mehr als 80 Jahren, bezeichnete er schon die Arbeitslosen als Kunden, allerdings noch in Gänsefüßchen. Eines der für mich besonders zynischen Momente von Hartz IV ist ja, dass man in den Jobcentern die dort Hinkommenden als Kunden bezeichnet. Ein Kunde hat Geld und geht in einen Laden, um etwas zu kaufen. Langzeiterwerbslose kommen in das Jobcenter, weil sie kein Geld haben, sondern brauchen. Sie als Kunden zu bezeichnen, ist also zynisch. Aber es ist auch nicht neu, es ist nicht innovativ, so wie man das bei der Hartz-Reform glaubte, sondern solche Konzepte gab es auch schon gegen Ende der Weimarer Republik. Meine Kritik an Hartz IV will ich in drei Punkte zusammenfassen. Erstens, fördern und fordern war zwar der Werbeslogan für Hartz IV, den Gerhard Schröder damals in seiner Agenda-Rede publik machte, aber in Wirklichkeit wurde ja nicht gefördert, sondern die Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung wurden zurückgeführt, sogar ganz drastisch. Der Druck auf die Betroffenen wurde erhöht. Und das heißt, es gab auch nicht die Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe, auch das eine Sprachregelung, die damals besonders von Gerhard Schröder benutzt wurde, sondern die Arbeitslosenhilfe wurde abgeschafft am 1. Januar 2005. Das war eine, den Lebensstandard der Langzeitarbeitslosen sichernde Lohnersatzleistung. Sie müssen sich das so vorstellen, ein Diplomingenieur, der jahrzehntelang gearbeitet hatte und Beiträge in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hatte, wurde über längere Zeit arbeitslos. Ihm wurde mit 50 oder so gekündigt. Dann kam er bis zur Rente auf der Basis seines letzten Nettogehalts 53, beziehungsweise wenn er ein Kind hatte, 57 Prozent dieses letzten Nettogehalts. Damit sollte sein Lebensstandard gesichert werden. Mit Hartz IV wurde die Arbeitslosenhilfe nichts mit irgendetwas zusammengelegt, sondern sie wurde schlicht abgeschafft. Und an ihre Stelle trat das Arbeitslosengeld II. Das war keine den Lebensstandard mehr sichernde Lohnersatzleistung, sondern eine Fürsorgeleistung. Sie hätte auch besser und ehrlicher Sozialhilfe II geheißen, weil es bekommen ja inzwischen 1,3 Millionen Menschen, das Arbeitslosengeld II, obwohl sie gar nicht arbeitslos sind, sondern einen so geringen Lohn oder ein so geringes Gehalt erbekommen, dass sie mit Hartz IV aufstocken müssen. 75 Milliarden Euro hat der Staat seit 2005 ausgegeben, um Unternehmer zu subventionieren, die so niedrige Löhne zahlen, dass die Menschen davon nicht leben können. Und Sozialhilfe II hätte die Leistung deshalb auch ehrlicher geheißen, weil es ja das Niveau der Sozialhilfe war und nicht mehr das Niveau der früheren Arbeitslosenhilfe oder das Niveau des Arbeitslosengeldes I, sondern das Fürsorge, das Sozialhilfeniveau. Das ist der erste Punkt der Kritik. Der zweite Punkt, das Arbeitslosengeld II, Hartz IV, betraf nicht nur die Hartz-IV-Beziehenden, sondern es traf auch Arbeitnehmer, Belegschaften, Betriebsräte und Gewerkschaften, weil sie sollten gefügig gemacht werden, sie sollten konzessionsbereit gemacht werden, schlechtere Arbeitsbedingungen und niedrigere Löhne zu akzeptieren, durch die Angst vor Hartz IV, durch die Angst, eben nicht mehr den früheren Lebensstandard gesichert zu bekommen, sondern allenfalls noch das Existenzminimum. Und auf diese Art und Weise wurde einer der breitesten Niedriglohnsektoren auf der Welt geschaffen. Nach den USA ist unter den hochentwickelten Industrieländern keines, das einen so großen Niedriglohnsektor hat wie die Bundesrepublik. Da wird dann eingewandt, das hat nicht Hartz IV bewirkt, sondern den gab es auch vorher. Das ist so eine Halbwahrheit. Tatsächlich gab es den schon seit Mitte der 90er Jahre. Aber Hartz IV führt diesem Niedriglohnsektor natürlich immer neue Nahrung zu, weil wenn durch die verschärften Zumutbarkeitsregeln die Hartz-IV-Betroffenen jeden Job annehmen können, das heißt ja heute nicht mehr Stelle oder Arbeitsplatz, sondern nur noch Job, auch einen Job, der weder tariflich noch ortsüblich bezahlt wird. Und wenn gleichzeitig Sanktionsdrohungen im Raum stehen, für unter 25-Jährige bei der zweiten Pflichtverletzung nicht nur die Geldleistung gestrichen zu bekommen, sondern auch nicht mehr Miete- und Heizkostenerstatte zu bekommen. Das heißt, der Staat produziert bei jungen Leuten Obdachlosigkeit. Wenn diese Drohung im Raum steht, dann ist doch ganz klar, dass mehr Menschen gezwungen sind, prekäre Beschäftigungsverhältnisse anzunehmen und dass dieser Niedriglohnsektor im Grunde durch Hartz-IV-Betroffene immer noch erweitert wird. Und inzwischen haben wir 24,3 Prozent aller Beschäftigten in diesem Niedriglohnsektor. Mein drittes wesentliches Argument gegen eine positive Hartz-IV-Bilanz betrifft jetzt die ganze Gesellschaft, die sich zunehmend spaltet. Auf der einen Seite in Menschen, die entweder Hartz-IV beziehen oder aber davon betroffen sind und auf der anderen Seite in Menschen, die sehr weit ab manchmal leben von dieser Hartz-IV-Welt, in der die Betroffenen in Sozialkaufhäuser gehen, wenn sie etwas einkaufen wollen, zu Lebensmitteltafeln, wenn sie mit ihrem Geld nicht auskommen und auch in Hartz-IV-Kneipen, wo sie das Bier billiger bekommen. Das ist aber eine eigene Parallelgesellschaft, die sich herausgebildet hat. Auf der anderen Seite haben wir auch eine Welt, die ich eher in den Luxusquartieren der Städte angesiedelt sehe, wo sich die Wohlhabenden und Reichen und Superreichen zum Teil von privaten Sicherheitsdiensten bewachen lassen und hinter hohen Mauern verschanzen. Und diese nicht nur soziale Spaltung der Gesellschaft beinhaltet eben auch eine politische Spaltung. Die von Hartz-IV-Betroffenen gehen immer weniger zur Wahl. Sie beteiligen sich nicht mehr am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen. Und auf der anderen Seite tun das die Wohlhabenden und Reichen sehr wohl. Ich will aus Köln ein Beispiel nennen. Bei der letzten Bundestagswahl in einer Hochhaussiedlung in Köln-Chorweiler Wahlbeteiligung 42,5 Prozent. In Hahnwald, einem Villenviertel, Wahlbeteiligung 89 Prozent. Da sehen Sie, wie die Gesellschaft sich auseinanderentwickelt, und zwar nicht nur sozial, sondern auch politisch. Ich würde so weit gehen, zu sagen, wir entwickeln uns bei den Hartz-IV-Betroffenen zu einer Ohne-Mich-Demokratie. Also Hartz-IV hat nicht nur den Sozialstaat demontiert, wie man ihn bis dahin kannte, mit lebensstandardsichernden Sozialleistungen, sondern Hartz-IV hat auch der Demokratie schweren Schaden zugefügt. Deswegen ist der Untertitel meines Buches »Auf dem Weg in eine andere Republik«, Fragezeichen. Und ich bejahe diese Frage. Ja, Hartz-IV hat auch der Demokratie einen Bärendienst erwiesen. Und wir müssen aufpassen, nicht nur den Sozialstaat zu erhalten und zu retten oder wiederherzustellen, sondern im Grunde auch die Demokratie zu bewahren. Ich will schließen mit einer Bemerkung zum Mindestlohn. Damals, als Hartz-IV 2004, 2005 eingeführt wurde, gab es auch bei den Gewerkschaften, Einzelgewerkschaften, wie die NGG, Nahrung- und Nuss-Gaststätten. Auch Verdi, glaube ich, war eher für einen Mindestlohn damals schon. Andere Gewerkschaften hatten Zweifel und fragten sich, ob nicht die Tarifautonomie dadurch beeinträchtigt würde. Jetzt, am 1. Januar 2015, ist der Mindestlohn gestern eingeführt worden. Und manche meinen, damit sei eigentlich Hartz-IV befreit von den Giftzähnen. Es sei gewissermaßen Hartz-IV jetzt sozial abgefedert worden nach unten hin. Ich teile diesen Optimismus nicht, sondern ich bin der Überzeugung, dass dieser Mindestlohn der Großen Koalition eine Armutsfalle ist. Erstens kommt er zu spät. Er kommt ja erst im Grunde 2017, wenn man genau hinguckt. Heute gibt es nur ein einziges westeuropäisches Land, das einen niedrigeren Mindestlohn hat, nämlich Großbritannien, das neoliberale Musterland. Das wird möglicherweise aber im Jahr 2017 auch schon mehr als 8,15 Euro haben. Das heißt, der Mindestlohn hätte eben sehr viel früher eingeführt werden müssen. Er müsste auch eine andere Höhe haben. Die ist zu niedrig. 8,50 Euro sind nicht die Armutsschwelle, sondern die Niedriglohn-Schwelle liegt bei 9,30 Euro pro Stunde. Also 9,30 Euro, wer darunter liegt, fällt in den Niedriglohnsektor. Und was ein ganz großes Problem dieses großkoalitionären Mindestlohns ist, er kennt viele Ausnahmen. Er ist im Grunde nicht flächendeckend. Und ich will zwei Beispiele nennen. Die jungen Menschen in der Ausbildung, da wird argumentiert von den Befürwortern des Mindestlohns, sie sollen vom Mindestlohn ausgenommen werden, damit sie nicht gewissermaßen 8,50 Euro in der Stunde so attraktiv finden, dass sie keine Ausbildung machen oder sie abbrechen und stattdessen lieber eine Hilfsarbeitertätigkeit ausführen zu 8,50 Euro in der Stunde. Ich sehe es genau umgekehrt. Wenn man diese Jugendlichen ausnimmt vom Mindestlohn, werden sie gerade für Unternehmer, die Lohndumping betreiben wollen, besonders attraktiv. Und sie werden angeworben werden, ihre Ausbildung abzubrechen oder nicht anzutreten, indem man ihnen Löhne anbietet, die zwar nicht der Mindestlohn sind, aber die dazu dienen, letztlich den Mindestlohn zu unterschreiten. Und das zweite Beispiel für die Ausnahme ist besonders interessant für unser Thema 10 Jahre Hartz IV, denn die Langzeitarbeitslosen werden das erste halbe Jahr vom Mindestlohn ausgenommen. Und ich befürchte einen Drehtüreffekt. Da stellt ein Unternehmer, der auf Lohndumping setzt, einen Langzeitarbeitslosen ein. Nach einem halben Jahr der Probezeit kündigt er ihm und er stellt den nächsten ein. Und er muss sozusagen nie den Mindestlohn zahlen. Das heißt, das, was eigentlich nötig wäre, nämlich ein Mindestlohn, der den Niedriglohnsektor wirklich eindämmt, weil der Niedriglohnsektor in der Bundesrepublik Deutschland ist das Haupteinfallstor für Erwerbsarmut und für spätere Altersarmut. Ich sehe das Problem, dass dieser großkoalitionäre Mindestlohn die Voraussetzung nicht erfüllt, dass es nicht das Ende von Erwerbsarmut, Lohndumping und Aufstockerei ist und erst recht nicht das Ende der Altersarmut, die uns droht. Denn wer über lange Zeit Hartz IV bezieht oder einen Mindestlohn auch in einem Niedriglohnsektor, der so niedrig ist von 8,50 Euro, der kann jahrzehntelang gearbeitet haben und wird trotzdem der Altersarmut nicht entfliehen. Und Altersarmut, das heißt, aufstocken müssen auch im Alter mit der staatlichen Grundsicherung bedeutet im Grunde Hartz IV bis zum Tod. Ja, möglicherweise sogar über den Tod hinaus, weil inzwischen sind 10 Prozent aller Bestattungen Sozialbegräbnisse. Das heißt, die Menschen, die da jemanden zu Grabe tragen, haben nicht das Geld, dieses Begräbnis zu bezahlen und wenden sich deswegen an die Sozialämter, an staatliche Stellen, um den Toten wenigstens einigermaßen würdevoll bestatten zu können. Auch dieser Trend kann sich ausweiten, wenn wir nicht dazu kommen, den Sozialstaat wieder in einer anderen Art und Weise, als das mit Hartz IV geschehen ist, diesen Sozialstaat als Gebot des Grundgesetzes ernst zu nehmen, ihn auszugestalten und für alle Menschen eine würdevolle soziale Existenz zu schaffen. Vielen Dank.